Durch die ganze Bahn wechseln Durch barrieren zum Mittelschritt am langen Zügel Durch die Länge der Bahn wechseln 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 Vielen Dank. A. Auf dem Zirkel geritten. Und zur geschlossenen Seite hin aufsitzen und angaloppieren. A. Ganze Bahn. Eine lange Seite Arbeitsgalopp, eine lange Seite Galoppsprünge verlängern. A. Durch die ganze Bahn wechseln und auf der Wechsellinie durchbarrieren zum Arbeitstrag und dabei Leichtraben. A. Auf dem Zirkel geritten. A. Und zur geschlossenen Seite hin aufsitzen und angaloppieren. C. Ganze Bahn. Eine lange Seite Arbeitsgalopp, eine lange Seite Galoppsprünge verlängern. A. An der kurzen Seite durchbarrieren zum Arbeitstrag und dabei Leichtraben. A. B. E. B. Auf dem Mittelzirkel geritten und Zügel aus der Hand kauen lassen. A. B. E. Zügel wieder verkürzen. Danach ganze Bahn. A. An der kurzen Seite aufsitzen und durchbarrieren zum Schritt. Mittelschritt am langen Zügel. A. B. Rechtsum. A. B. Rechtsum. A. Durch die Länge der Bahn wechseln. A. Danach im Mittelschritt die Bahn verlassen, absitzen, absatteln und Vorstellung an der Hand zur Bewertung von Typ und Qualität des Körperbaus. A. B. Rechtsum. Untertitelung des ZDF, 2020